Willkommen zu einer weiteren Folge Bloons. Wir öffnen erstmal unsere Kiste und schauen mal ganz kurz was bei den Affen neu ist. Wir haben jetzt sowohl diesen Plasma-Jonglier-Bellen, den Alex Plasma-Meister als auch den Clave Dominus freigeschaltet. Für die anderen habe ich noch sowas nicht gefunden. Wird sicherlich später auch hinzukommen. Hier in den Zimmern ist der Platz schon mal vorgesehen. Wir schauen mal ob wir vielleicht bei dem hier diesen heute mal bauen können. Mal gucken ob wir in der Ruder dazu kommen. Dazu gehen wir jetzt wieder in die schnellen Spiele. Ich mache ein langes Spiel und schauen mal wo wir landen. So dann geht's los. und dann – los. Es ist nochmal auf die verbesserte Sicht gegangen, dass uns nicht ganz so viele von den unsichtbaren durchgehen. Ich will jetzt erstmal meinen Helden stellen und jetzt kümmern wir uns um den Affen, den wir jetzt skillen wollen. Ja, wir müssen uns umgehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt müssen wir erst mal das U-Boot bauen, dass wir wenigstens ein bisschen darauf schießen können. Das war's für heute. Die haben wir ein bisschen ungünstig platziert. Das war's für heute. Hm. Das war's für heute. 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 Okay, Kupfer. Okay, Kupfer. BNB Identified. Kupfer. 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 Ah, ja, weh ein bisschen. Okay, schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Okay, jetzt sind wir alleine. Suchen wir das jetzt mal alleine. Jetzt noch nicht alleine. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nichtsdestotrotz soll es das für heute schon gewesen sein Macht's gut und bis zum nächsten Mal Tschüss!